Hey Leute, mal wieder willkommen hier in GTA 5. Heute zeige ich euch wieder ein kleines, aber feines Easter Egg, was eingebaut wurde und zwar eine Paintball Arena. Das Ganze befindet sich auf dem Gelände vom Meriwetter und wird auch vermutlich als Meriwetter Trainingsanlage genutzt. Woher ich weiß, dass es vom Meriwetter direkt ist, also wenn ihr hier einmal schießt, ich empfehle es euch nicht zu machen, weil Meriwetter haben dann doch irgendwie ein paar Leute und die sind echt stark bewaffnet, kann man sagen. Und ihr werdet auf jeden Fall drauf gehen, also das kann ich euch wirklich garantieren, egal was für gute Schützen ihr seid. Wie ihr seht, also ihr könnt hier auch mit ein paar Freunden irgendwie reingehen und ein bisschen Action machen. Ist auf jeden Fall auch witzig, man nimmt halt am besten irgendeine Billigknarre hier, warte, wo ist er denn? Zack hier, Billigknarre, die macht eh keinen Schuss und wir sehen jetzt hier, jetzt kommt vom Meriwetter ein bisschen was angerannt. Ich werde jetzt auf jeden Fall gleich vermutlich drauf gehen, weil es kommen immer wieder welche nach, aber ist auf jeden Fall eine witzige Sache hier. Ja, ich würde sagen, schaut einfach selber mal, wo es ist, was heißt, schaut einfach mal selber mal, wo es ist. Es ist hier unten, ich hoffe, ich gehe jetzt nicht drauf, wir sehen es, ich befinde mich jetzt gerade hier. Es ist direkt unten beim Hafen da, man sieht ganz links dran, da befindet sich so eine kleine Lager, oh Gott, ja, ich sag ja, die sind echt hier stark bewaffnet. Ist so eine kleine Lagerhalle, ich schaue mal, ob ich es gerade raus schaffe, ja, sieht nicht schlecht aus. Hier sehen wir, da ist es und da werdet ihr auch auf jeden Fall glücklich. Ich würde sagen, das war es von meiner Seite, schaut es euch einfach mal selber an, bis zum nächsten Video, haut da rein und ich bin tot. Ich würde sagen, das war es von meiner Seite, schaut es euch einfach mal selber an, bis zum nächsten Video, haut da rein und ich bin tot.